Bis jetzt haben wir eine ganze Menge von Operatoren kennengelernt, die die Suche nach Wörtern und Wortformen sehr flexibel machen. Nehmen wir jetzt in diesem Clip zwei Operatoren dazu, die sogenannten Wiederholungsoperatoren. Angenommen, wir möchten alle Strings finden, die mit dem Präfix unbeginnen. Das Problem ist natürlich, ich muss eigentlich alle Wörter kennen, die mit unbeginnen, um sie hier einzeln einzugeben. Das ist aber nicht nur mühselig, setzt andererseits nämlich auch voraus, dass ich wirklich die ganze Liste von potenziellen Wörtern kenne, die mit unbeginnen. Wir kennen aber einen Operator, der jedes x-beliebige Zeichen findet. Also könnten wir eingeben u, n und den Punkt. Das wird also alle Strings finden, die mit unbeginnen und aus drei Zeichen bestehen. Wenn wir das machen, dann finden wir immerhin zwölf Treffer, nämlich uns, und, une oder üne sowie unk. Jetzt suchen wir natürlich auch in der vierten Position ein x-beliebiges Zeichen und auch in der fünften und in der sechsten und so weiter. Das können wir natürlich so machen. U, n, Punkt für die dritte Position, Punkt für die vierte Position. Das findet Strings aus vier Zeichen, die mit unbeginnen, also immerhin schon 383 Treffer, wovon die meisten offenbar das Wort Unit sind. Gehen Sie also mal die Liste durch und schauen Sie, was noch so gefunden wird. Wir ignorieren für den Moment übrigens, dass Unit kein Unpräfix hat, also eigentlich gar nicht zur Menge an Ergebnissen gehört, die wir eigentlich finden möchten. Diese Strategie, also für jede weitere mögliche Position immer eine Punkt-Wildcard hinzuzufügen, bringt uns im Ziel zwar irgendwie näher, ist aber ziemlich mühsam, denn wir müssten für jede potenzielle Wortlänge auch einzelne Abfragen stellen. Es wäre also viel effizienter, wenn wir CQP sagen können, diese Wildcard einfach so lange zu wiederholen, bis ich das gefunden habe, was ich haben möchte, auch wenn ich vorher gar nicht so genau weiß, wie lange Buchstabenketten denn sein können, die ich finden möchte. Glücklicherweise ist genau das möglich und dazu gibt es zwei Operatoren, die auf den ersten Blick sehr ähnliche Dinge tun, die sich aber in einem kleinen und sehr wichtigen Detail unterscheiden und deshalb auch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Diese Operatoren sind die Wiederholungsoperatoren Plus und Sternchen. Das Plus sagt, wiederhole das vorige Zeichen ein oder mehr Mal und da das vorige Zeichen ein x-beliebiges Zeichen war, findet diese Anfrage, nämlich U, N, Punkt und Plus, dementsprechend auch Strings, die mit UN beginnen, gefolgt von einem x-beliebigen Zeichen, das ein oder mehr Mal vorkommen kann und diese Anfrage kann also somit theoretisch unendlich lange Wörter finden, die mit UN beginnen und mindestens drei Zeichen haben. So werden jetzt also 13.334 Treffer gefunden. Gehen wir die Liste durch, finden wir Strings ganz unterschiedlicher Länge, von UNIT mit vier Buchstaben bis hier beispielsweise UNDER WRITTEN mit 13 Zeichen. Daran sieht man jetzt auch gut, dass mit dem Punkt als Wildcard nicht nur Buchstaben, sondern tatsächlich irgendein Zeichen gematcht wird, wie hier der Bindestrich innerhalb eines Wortes. Der andere Operator, das Sternchen, wiederholt auch das direkt vor ihm stehende Zeichen, heißt aber, wiederhole das vorige Zeichen null oder mehr Mal. Und wenn wir die Anfrage wiederholen und statt des Plus ein Sternchen eingeben, dann finden wir 13.343 Treffer, also neun Belege mehr als in der Anfrage mit dem Plus. Warum? Weil wir jetzt natürlich nicht alle 13.000 Treffer manuell durchgehen können, um herauszufinden, welche neun das sind, konzentrieren wir uns ein bisschen darauf, zu verstehen, was die Anfragen unterscheidet. Plus heißt ein oder mehr Mal, Sternchen heißt null oder mehr Mal. Deshalb findet die Anfrage mit Sternchen auch Belege, die nur aus UN bestehen, weil ja schon das dritte Zeichen auch nur null Mal vorkommen kann, also quasi schon optional ist. Das wiederum erinnert uns ein bisschen an das Fragezeichen, welches hier ein Zeichen als optional markiert. Das Sternchen hat gegenüber dem Fragezeichen also den Unterschied, dass hier das dritte Zeichen sowie alle folgenden optional sind, aber vorkommen können, wohingegen das Fragezeichen einfach nur sagt, das vorherige Zeichen ist optional.